Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Dienstag, dem 9. August 2022. Ihr hört Geek Talk Daily 1230 und es geht bergauf. Heute mit DREAMer, iRobot, DuckTuckGo, Tablets, Google Meet, Pocket Casts und Oppo. Ich starte gleich mal mit der Kommunikations-App aus der Schweiz, mit Freema. Die ist jetzt nicht nur Quellcode öffentlich etc., was sie schon länger ist. Nein, sie ist jetzt auch komplett Google-frei, sofern man dann will. Natürlich dann nicht über den Play Store erhältlich, weil dann müsse sie ja eben auf Push-Dienste von Google zurücklaufen, auf andere Geschichten, Lokalisierungsdienste von Google etc. Nein, das tun sie ja eben nicht mehr in der App Threema Libre, bekommt ihr über den F-Droid-Store, also einen alternativen Store in diesem Internet für eben sogenannte Android-Smartphones und da bekommt ihr dann eben die freie, Google-freie, Quellcode-Google-freie App. Ich bin mal sehr gespannt, wie die angenommen wird, wie das Ganze funktionieren wird und vor allem, wie dann sich das verbreiten wird. Wer dich die App über den F-Droid-Store runterlädt und sonst den F-Droid-Store nicht braucht, ein guter Tipp von meiner Seite. Bitte deaktiviert die Möglichkeit, Apps dann von fremden Quellen zu installieren, sobald ihr das Ganze installiert habt. Auch wenn ihr denkt, ihr könntet vielleicht in Zukunft wieder mal nutzen, lieber deaktivieren und später wieder aktivieren, als hier auf die Füsse fallen mit dem nächsten Loch, das da so durch Android durchpfeift. Und dann ist die Hölle zugefroren letzte Woche. Ich dachte, ich habe noch Fieber von meiner Corona-Erkrankung. Nee, ist nicht so. Ich hatte ja immer Angst, dass mein iRobot, mein heissgeliebter Staubsaugroboter und der Wischroboter und die anderen Roboter, die ich von iRobot habe, irgendwann mal von Google gekauft werden, weil die ja da schon ein bisschen kooperieren und Geschichten intus haben. Nee, jetzt kam das Ganze, ich würde nicht sagen, noch schlimmer. Oder auch doch, ich weiss es nicht. Amazon hat sich iRobot gekrallt und oder möchte das tun. Für 1,7 Milliarden, also nicht mal so viel Geld, haben sie sich die Firma jetzt unter den Nagel gerissen. Natürlich muss hier noch die einzelnen Aktionäre und die grösseren Aktionäre und die Behörden zustimmen, dass das Ganze funktioniert. Da bin ich sehr gespannt, ob das aktuell durchgeht, weil in den Staaten herrscht da ein bisschen rauerer Wind und auch in der EU. Also somit könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht doch noch was kommt. Ansonsten geht für 61 Dollar pro Aktie das Ganze dann eben an Amazon über. Was will Amazon damit? Ja, mehr Geräte, die bei euch rumfahren und Daten sammeln. Oder sowas wahrscheinlich. Amazon möchte mehr in den Bereich Smart Home mit reinkommen. Und ich bin noch so froh, hat mein Roboter kein Mikrofon. Hat er eins? Ich muss da nochmals genauer nachschauen. Nee, der hat keines. Aber ja, ich bin sehr gespannt, was das für meine Roboter bedeutet und werde das mit ganz guten Augen beobachten und mich auch ein bisschen umschauen, was dann das weiter so mit sich bringt. Dann kam es im Mai dieses Jahres zu einem sehr unschönen Moment. Wir haben nämlich mitbekommen, dass Taktak Go, die alternative Suchmaschine, die nicht Google-Tracking mit drin hat, die eigentlich so toll ist und sauber etc. Gar nicht so toll und gar nicht so sauber ist, denn sie hat Tracking-Dienste, die sie dennoch unterstützen und nicht blockieren. Und die sind von Microsoft. Wieso haben sie das? Ja, Microsoft und Taktak Go kooperieren. Und da ist das Ganze mit einem kleinen Beigeschmack. Nun haben sich die beiden geeinigt und die ganzen Tracking-Geschichten werden auch blockiert. Also es geht nichts mehr durch, was Microsoft da trägt. Taktak Go hat eine Liste rausgehauen, mit welchen URLs das blockiert werden. Da gibt es den einen oder anderen, die man auch noch hätte draufsetzen können. Aber es ist ja schon mal ein bisschen ein kleiner Schritt, aber dennoch ein sehr angeknackster. Was unschön ist, Werbung von Microsoft, die über Bing.com ausgespielt wird, wird nach wie vor getrackt. Aber Microsoft hat sich dazu verpflichtet, das in einer anonymisierten Version zu tun. Das heisst, wenn ihr eingeloggt seid auf einen Microsoft-Account und bei Bing googelt und bei Bing eine Suchanfrage startet und dann ein Resultat seht, eine Werbung habt, da drauf klickt, wird das nicht mit eurem Konto verbunden. So zumindest das Versprechen von Microsoft. Ha, fahlerbeigeschmack. Ich suche mir derweil da mal eine Alternative. Aber das ist schwierig. Der Tablet-Markt ist zusammengebrochen. Zumindest für eine Marke oder für eine Übgattung an Tablets. Im zweiten Quartal 2022 ist der generelle Markt stabil geblieben. Es ging nicht gross nach oben, es ging nicht gross nach unten. Für wen es gross nach unten ging, das war für die Chromebooks. Die sind nämlich deutlich zurückgegangen. Weshalb das so ist, weiss man aktuell nicht genau. Kann unter anderem daran liegen, dass die meisten Schulen sich jetzt eingedeckt haben und auch andere, die an Chromebooks interessiert sind in der Corona-Epidemie, genau, in der Geschichte oder rund um Corona, was wir in den letzten eineinhalb Jahren hatten, zwei Jahren mittlerweile bald schon, und dass es deshalb ein bisschen zurückgeht und oder, dass hier einfach zu wenig passiert. Wenig Weiterentwicklung, wenig Neuigkeiten. Wer weiss, wer weiss. An der Spitze der Tablets ist nach wie vor Apple, dann gefolgt von Samsung und Amazon. Nachher kommt Lenovo und Huawei sowie Others. Dann gibt es Neuigkeiten aus dem Google-Universum. Wir wissen ja schon länger, dass Google Duo fallen lässt. Und zwar soll Google in Meet aufgehen, also zumindest Funktion. Aber irgendwie ist das komisch, wie so oft bei Google, denn wie funktioniert das genau jetzt? Genau, die Funktionen von Google Meet, die gehen in Duo über. Duo wird dann umbenannt in Google Meet, aber das alte Google Meet wird nicht gelöscht. Google ist jetzt zumindest so nett, dass sie ab August dann die alte Google Meet-App umbenennen, und zwar in Google Meet, Klammer auf, Original, Klammer zu. Und damit ist die Verwirrung komplett. Wann die App dann doch ganz komplett rausfliegen wird und warum das Google trotzdem nicht tut. Und keine Ahnung, manche Google, ihr könnt es euch auch schwerer machen, als ihr es sonst schon tut. Aber ja, man kann, wenn man will. Vor allem, wenn man Google heisst. Pocket Casts, die App zum Podcatcher, also der Podcatcher zum Podcast hören, konsumieren, die hat eine neue Funktion spendiert bekommen. Zumindest, wenn ihr ein Plus-Abonnent seid, das kostet euch einen Franken pro Monat, zahle ich zum Beispiel, oder 10,50 pro Jahr. Das sollte ich endlich mal umstellen, dann käme ich günstiger. Und damit bekommt ihr nämlich die Möglichkeit, Ordner zu schaffen. Ihr könnt dann verschiedene Podcast-Formate in einen Ordner packen und bekommt dann auf dem Home-Screen oder auf dem Start-Screen von der Pocket Cast Podcatcher App ein bisschen mehr Übersicht, ein bisschen mehr, ja, sauberer Übersicht. Ja, Übersicht, genau. Updaten, wer das nutzt und weiter nutzen. Dann gibt es noch die letzte News für heute. Geht um Oppo. Oppo, das habe ich, bin ich gar nicht sicher, ob ich es in der Daily erzählt habe. Auf jeden Fall ist oder war es so, dass Nokia gegen Oppo geklagt hat. Nokia hat dann gewonnen. Oppo hat Einspruch erhoben. Und das Ganze ist in München, also in Deutschland passiert. Und da hat jetzt Oppo offiziell verloren. Und deshalb mussten sie von ihrer Webseite, ich habe einen Blogpost verlinkt, wo ihr das sehen könnt, in Deutschland die Smartphones weggenommen. Auch andere Geräte sind weggegangen. Ich habe das im Vergleichsbild noch mit drin gesehen. Für diejenigen, die es interessiert, könnt ihr mal nachschauen und euch das anschauen. daily.kiktok.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Wie lange das so bleiben wird, ob sich Oppo und Google einig werden, Oppo und Google, Oppo und Nokia, meine ich, entschuldigt, ob sich die beiden einig werden. Nokia verlangt nämlich verhältnismässig viel zu viel Geld, wie so oft bei solchen Geschichten. Und Oppo möchte das nicht bezahlen. Vielleicht, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich irgendwo treffen werden in der Mitte und bin gespannt, was da für eine Geschichte rauskommt. Übrigens nicht nur Oppo ist betroffen, auch OnePlus-Smartphones dürfen über den offiziellen Weg in Deutschland nicht mehr gehen. Zumindest eben nicht über ihre eigene Webseite und so weiter. Unter Retailers und andere dürfen natürlich das Gerät verkaufen und die Geräte blaumen auch im Handel. Ihr bekommt auch weitere Updates, wenn ihr ein Oppo-Smartphone euer eigen nennt. Für all die Schweizer und unsere Hörenden, uns betrifft das Ganze nicht. Es gibt hier auch keine Klage und somit, denke ich mal ganz schwer, wird dem auch so bleiben. Und wir haben das Smartphone ganz normal drauf. Aber ich bleibe dran und werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufen halten. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn alles klappt, bald wieder fleissiger. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.